Na, wie war Weihnachten? In Summe war Weihnachten ganz toll. Und die Differenz für die Geschenke zum vorigen Jahr war gar nicht so groß. Corona war gar nicht so ein entscheidender Faktor eigentlich. Sag bloß, du möchtest jetzt einen Geschenksquotienten ausrechnen? Warum nicht? Na, ich glaube, Weihnachten tun wir genießen und nicht berechnen. Okay. Okay.